Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Simon Terodde und die Bundesliga, eine Beziehung, die ja mal wieder auf eine harte Probe gestellt wird, denn in den ersten sieben Spielen kam ja unsere Nummer A9 gerade mal auf einen Treffer. Und natürlich flammen da mal wieder Diskussionen auf, ob denn Terodde dann tatsächlich einfach nicht gut genug ist für die Fußball-Bundesliga oder ob es möglicherweise daran liegt, dass die anderen Offensivspieler ihn zu wenig in Szene setzen. Unser S04-Urgestein-Rüdiger Abramczyk führt auf jeden Fall mit ihm. Natürlich habe ich Mitleid mit ihm, weil ich ja selbst auch Stürmer war. Ich kenne das. Mal hast du eine Saison, da machst du viele Tore. Dann hast du mal eine Saison, da machst du ganz wenige, erklärt mit der 66-Jährigen im Gespräch mit der WAZ. Aber Abramczyk wird auch ausgemacht haben, woran Teroddes Probleme liegen, also warum Terodde in der Bundesliga kaum Tore schießt. Was mich ein bisschen stört, ist, dass er natürlich von Flanken lebt und dass wir da zu wenig von außen kommen und ihn füttern. Man muss sich da etwas einfallen lassen, um da außen an den Gegenspielern vorbeizukommen, fordert Abramczyk. Und auch einige persönliche Entscheidungen von unserem Trainer Frank Kramer sieht er durchaus kritisch. Jordan Larsson als Links, das ist für mich jetzt auch nicht gerade jemand, der da aber rechts für Gefahr sorgen kann auf der Außenbahn. Er kann von der Seite mit einem seinem schwachen Fuß nicht so gut flanken, monierte Abramczyk. Grundsätzlich bin ich erstmal bei ihm, dass wir einfach offensiv mehr Möglichkeiten erstmal entwickeln müssen, um einen wie Simon Terodde auch in Szene zu setzen. Einige monieren ja auch, dass wir zu defensiv spielen und dadurch der Weg zum Tor für Terodde zu lang ist. Ich finde, daran liegt es aber nicht. Es sind einfach generell zu wenig Zuspiele, die am Ende bei Terodde landen. Ich glaube, das ist das viel größere Problem. Ich glaube aber auch nicht, dass es so zwingend an Jordan Larsson liegt. Ich finde, Beispiel Larsson ist einfach, dass der Schwede generell nicht überzeugt. Aber jetzt zu sagen, nur weil er Linksfuß ist, kann er auf rechts die Flanken, ist ja auch weit hergeholt, weil wir bei anderen Spielern, anderen Mannschaften sehen, dass das ja genau oftmals sehr, sehr gut so funktioniert. Ich denke mal, generell müssen wir offensiv einfach flexibler und aktiver agieren, um dort auch wirklich in Neuner, wie es Terodde auch Polter sind, in Szene zu setzen. Da müssen einfach deutlich mehr Flanken auch her. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anale Schalker. Anale Schalker. Anale Schalker. Anale Schalker. Anale Schalker. Anale Schalker.